Ich bin Yannick, bin 23 Jahre alt und arbeite als Heilerziehungspfleger bei Diakoneo Wohnenbrockberg. Das Besondere an meinem Job ist, dass kein Tag wie der andere ist, man den Alltag an die Bedürfnisse der Jugendlichen anpassen kann und auch seine eigenen Interessen, bei mir zum Beispiel Fußball, mit einbringen kann. Ich arbeite gerne im Wohnenbrockberg, weil hier ein gutes Arbeitsklima herrscht und man sich auf seine Kollegen verlassen kann und tatkräftig von diesen unterstützt wird, wenn Nodermann ist. Bewerben lohnt sich, da man sich hier persönlich und fachlich weiterentwickeln kann und einem viele Wege zur Mitwirkung offenstehen. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, da ich in meinem FSJ gemerkt habe, dass ich gern mit Menschen arbeite und auch einen Einblick ins Berufsbild des Heilerziehungspflegers bekommen habe und gemerkt habe, dass da viele Möglichkeiten offen stehen, in den verschiedensten Bereichen zu arbeiten. Ich mag liebe Sommer. Ich mag ganz klar Spätschichtliebe.